Hallo und herzlich willkommen im Medienverleih. Mein Name ist Anna Tappe und ich bin Martina Klintwort. Bei uns im Medienverleih gibt es über 20.000 Unterrichtsfilme mit Arbeitsmaterial, Spielfilme, Dokumentarfilme und Medienpakete für alle Fächer und Schulstufen. Wir beraten gerne hier vor Ort, am Telefon oder per Mail zu allen Fragen der Medienauswahl. Erste Anregungen können auch unsere Medienlisten bieten, die auf der Homepage des LIS zu finden sind. Wir sind auch rund um die Uhr digital erreichbar. Bei Medien online besteht die Möglichkeit, unser Medienangebot zu recherchieren, herunterzuladen und den Schülerinnen und Schülern Inits Learning zur Verfügung zu stellen. Mit dem Online-Tool H5P kann man interaktive Lerninhalte selbst gestalten. Medien online ist zu finden unter www.medien.schule.bremen.de. Eine vorherige Registrierung ist nicht erforderlich. Einfach mit dem Subiti-Zugang anmelden. Medien online ist erforderlich. Und zwar in den Spiel